und hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu let's play my magic teil 6 mit mir dem captain und ich befinde mich in freehaven habe hier jetzt nichts zu tun besuchen habe schon was zu tun aber wir haben halt abend und bedeutet letztendlich dass ich eigentlich mal auf eine kleine erkundungstour gehen kann um die restliche welt kennenzulernen so nächstes mal gehen wir mal zu dem platz wo die mich hier in der mitte ist noch was wo wir schön was weghauen können nehme ich mal an und weshalb ich hier mal so dass ich nicht noch irgendwen umbringe schließlich haben die sich jetzt schon haben sie sich jetzt schon hier reingeschlichen so die ist weg und segen gekriegt stärkst nicht schnell so jetzt haben wir sie so bevor die hier jetzt noch auf die leute greifen waffenmeister und sowas machen wir sie doch wieder lieber platt hier aber hier schreien des geschicks ok oder drüben sind noch weitere sind das schützen nein das sind magier das ist nicht so schlecht aber dich du kannst erstmal heilen hier magier sind kein problem hier die nächste magier die nächste magier trocken da kommen wir hier noch einer einer drauf gut wir sind zu tief dran wir sind häufig getroffen seht ihr mich nicht mehr gut das waren sie wieder alle sauber ey der hat 252 lebenspunkte also du kannst natürlich jetzt wunderbar überleben so was ist hier noch hier ist der fluss natürlich immer mal den fluss entlang und dann war ja das zumindest mal ein hey Ich kann sogar schießen wehren. Gut, dann killen wir euch mal auf der anderen Flussseite auch mal. Machen wir mal ein bisschen ausruhen hier. Machen wir mal ein Bogenschützen-Duell jetzt hier. Feuerschützer. Oh, ja gut. Dann... Inklusion. So. Achso, kann am Freien nicht ausgesprochen werden. Dann Feuerball. Und was machst du jetzt hier? Du solltest was casten. Was castest du denn jetzt? Ja, Segen. Ja, ist ja gut. Liegst du? Ja, du liegst. Jetzt haben wir nur noch den einen fetten da hinten. Und die müssen wir auch noch kriegen. So, haben wir uns mal ein bisschen... ...daneben gegangen. Oh... Oh! 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 Die macht immer irgendwie, ja jetzt ist sie drüben, jetzt ist sie weg, alles klar. Gut, die macht immer so ein bisschen und dann wieder, dann haut sie wieder ab. Gut, bleiben wir mal hier, um die Ecke. Oh! Noch mal Wunden heilen. Ach, die sind da oben. So, und da hinten noch ein Bogenschütze. Und, weg ist er, na endlich, oh, das hat ja wieder gedauert. So, das muss man ein bisschen den ganzen Kram hier fleddern, ne? Ach, jetzt ist es, äh, Moment. Das zeigt aber noch, dass das Spiel ursprünglich ein Tastaturspiel war, denn, ähm, viele Sachen sind rein über die Tastatur zu machen. Auch diese Maussteuerung hier, die ich hier habe, ist so eigentlich erst später hinzugekommen. So, Grab von Esrik, dem Verrückten, okay. Das ist hier Esrik, der Verrückte. Hatte ich da nicht eine Quest für? Sorge, die Gabry, die Karten, besorgen wir, haben wir den Schädel von Esrik, ach, okay. Hier ist also das Grab, gut. Ah, was soll ich denn? Nein, so nicht. So, da ist also das Grab, Esrik, der Verrückte. Ah. Du Oberfläche, okay, ein Muchen. Okay, da werde ich schon wieder von Magiern bearbeitet. Mann, 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 Mann. Könnt ihr nicht mal die Schnauze halten? Da, so. So. Hey. Okay. Schaut, dass der eine Schnauze nicht geht. Ja gut, ihr seid ein bisschen mehr jetzt, alles klar. Ich merke schon, eigentlich müsste ich nach Mist gehen, da müsste ich eigentlich ein Leuchtfeuer hinsetzen, aber wenn ich jetzt da hingehe und hier zurück das Portal ist, das dauert dann doch zu lange, ne? Also, dann kann ich auch zwei Äpfel investieren. Also erstmal hier oben gehen. So. Gut. Ey, da werden ja immer mehr da unten, ey. Hey, hey! Hey, 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 hey. Hey! Hey. Hey. Und, äh, die Taste. Oh, jetzt. Jetzt aber langsam knapp mit euch. Hey. Uff. Okay, da hinten ist die... Scheiße, ups, wo war der denn? Hast du dich von hinten angeschleuchtet? Hey. Hey, das darf nicht wahr sein. Hast du dich echt von hinten angeschlichen? Okay, das soll mal eine Warnung sein, das Feld da unten. Dann sammeln wir noch die ein und dann... Da ist sogar noch einer. Ja, schade, hier drin gibt es keinen Tempel. Hier gibt es keinen Tempel. Oh, das sind mehr als nur einer. Alles klar, das sind auch Magier. Das ist blöd, ne? Okay, also noch weiter im Süden, da sind zumindest jede Menge Magier. Da oben haben wir noch ein paar Sachen, die wir ausgelassen haben. Wenn wir ein bisschen ausgeruht sind, dann können wir im Süden die restlichen Magier weg erledigen. Und dann sind sie weg. Und dann kommen sie auch erst mal nicht wieder. So, was haben wir hier? Äh, Blackshire? Ja, ja, nein, da wollen wir noch nicht rüber. Wo bist du auf der Karte? Ah, bist du außerhalb, ne? Ist da oben nicht auch eine Taverne? Ja, natürlich, hier ist doch auch noch eine Taverne, ne? Und, oh, und da oben waren auch jede Menge Müllkämmen drin. Chadwick Blackpool. Kavallerist. Gratulation, du wirst sicher einen würdigen Kavalleristen abgeben. Ich wünschte nur, ich wäre wieder jung und könnte an der Seite Osterix gegen die Teufel kämpfen. Schiff. Okay. Sagst du auch zu dem Schiff, ne? Angenehme Träume. Nehmen wir eine nette Übernachtung. Wir haben September immerhin. So. Da liegen Menschen rum. Meisterschützen, Meisterschützen. Oh, wir sind zu dicht dran. Oh, gefrorenes Hochland. Nein, da will ich auch noch nicht hin. Nein, da will ich doch gar nicht hin. Was ist denn das hier für ein Brunnen? Ach, scheiße. Oh, wie blöd, Mann. Das war der, wo die alle rauskommen. Mensch. Ach, töten sie jetzt die anderen? Boah. Feuer, Feuer, Feuer. Oh, mal genau gucken. So. Zwölf Punkte, Wahnsinn. Du bist fast tot. Ja, super. Verbrennen, Feuerstrahl, ne? Feuerstrahl, ne? Feuerschütze, Feuerschütze. Och, Leute. Warum habe ich denn nicht das letzte Mal wieder abgespeichert? So. Komm. Ich kann mich erst noch mal ein bisschen heilen. Bleib mir hinter. Wenn die Leute da umbringen, ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Die nerven mich sowieso dort, ne? So. So. Jetzt, da ist doch schon mal einer. So. So. Wenn man in den Nahkampf gehen kann, hat man zumindest schon mal nichts anderes mehr machen. So. Gott. Ja, ach Mann, das ist klar. Ich würde mich wieder vorausahnen müssen. Töte das denn mal an sich selber. Boah, Leute. Das ist echt furchtbar mit euch, ne? Machen wir euch. So, wir machen die Hit-and-Run-Taktik. Schnell zwischen den Häusern verstecken. Warum gibt es hier keinen Tempel, Mann? Hunden heilen. Noch einen erledigt. Hunden heilen. Schutz vor Feuer hätte wahrscheinlich auch was gebracht, ne? Ja. Oh. So, die nächste So, kriegen wir langsam alle Jetzt bist du noch dran, ne? Du feuerst Oh, da ist noch einer Weg zur Seite Oh, 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 oh Zumindest mal eine dort Scheiße Gut, wieder einer weniger Scheiß Bogenschützen, das ist echt lästig, ne? Ach, da fällt mir doch was ein, Mann Warum bin ich denn nicht so erst drauf gekommen? Schild gegen Bogenschützen Ach Man muss natürlich auch die richtigen Sachen gegen die richtigen Typen einsetzen Und Wir feiern uns noch mal ne Runde Nein Oh Oh Oh, am Leben bleiben. Na gut, er ist tot. Gut, die Dame ist auch noch weg. So, ihr werdet wieder wach geküsst. So, ihr werdet wieder wach. Hier rein, vielen Dank. 21 Gold. Ja, natürlich, kommt, ihr dürft ausruhen. Ja. Oh, komme raus und werde gleich begrüßt, ne? So, Segen, Schild, Feuerschutz. Jetzt kommen sie alle an. Jetzt kommen sie alle an, weißt du? Und das sind alles Feuerschützen, weißt du? Der da nicht. Das ist nur ein normaler Bogenschütze. Gut, der liegt. Scheiße. Was haben wir da hinten? Magier. Okay. Sind das auch Magier hier? Nee. Kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall haben wir hier noch mehr Bogenschützen. Feuerschütze. So. Ach, sieben. Ist auch nicht klasse. Ein Bolzen. Feuerschütze. Dreizehn. Verbrennen. 45. Jawohl. Das hat geholfen. Ja, klasse. Eisbombe. Das hätte ins Auge gehen können. Das hätte wirklich ins Auge gehen können. Komm, dann kriegst du Nervenschock hier. Ja, siehst du, Nervenschock funktioniert besser. 15. Noch ein Inferno. Und damit ist sie jetzt weg. So. Wo ist jetzt der Nächste? Da hinten. Was haben wir da? Zwei normale Bogenschützen. 17. 13. Okay, gut. Ja, du darfst schießen. Auch. 15. 10. 10. 12. 12. Der Nächste. So. Meisterschütze. Meisterschütze. Ich gehe direkt um die Ecke sind. Wo ist das denn? Das ist der Nächste für Bogenschütze. Bogenschütze. Ja. Ja. Ich weiß. Um euch fertig zu machen, brauche ich gleich wieder ein paar Tage. Und da ist noch ein Feuerschütze. Und da ist noch ein Feuerschütze hinten. Den müssen wir rauslocken. Komm her. Du musst näher kommen. Du musst zu mir kommen, Feuerschütze. Hier. Ich bin noch hier. Komm. Komm. Komm näher. Du musst rauskommen. Genau. Komm her. Sei kein Feigling. Komm schön hier rüber. Ein paar Nahkampfangriffe gegen dich. So. Gut. Und noch eine weniger. Ja. Du darfst dich erstmal ein bisschen heilen. Damit wir noch weiter vorankommen. Und darfst unseren Bogenschützen auch noch ein bisschen heilen. So. Jetzt haben wir zumindest mal das. Da liegt ein normaler Toter. Das ist aber... Das ist aber... Das ist aber... Ja, das war klar. Ihr habt das abbekommen. Moment. Moment. Implusion. Okay. Nicht genug Zauberpunkte. Nein. Na gut. Dann Nervenjob. Dann Nervenjob. 10. Na immerhin. Inferno. 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 Okay. Okay. Warum bin ich dran? Wow. 17. Das Inferno war jetzt ein bisschen schwach, ne? 10. Ja. So langsam kriegen wir sie. 15. 38. Du bist weg. Trifft nix. Ach Scheiße. Das ist dazwischen. Okay. 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 So. Das ist blöd. Haben wir wenigstens mal die, äh, die, die komischen, die jetzt hier aus dem Brunnen kamen. Haben wir wenigstens mal, äh, fertig gemacht. So. Und unsere Waffs sind ausgelaufen. Na, perfektes Timing. Abzuspeichern. Unter 15. War ein bisschen nervig jetzt. Anders klar. So. Aber wie es weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Der heftige Fight gegen diese Bogenschützen wird weitergehen. Bis denne, sagt der Captain.